Hm? Ich mach ne Aufnahme nebenbei. Da brennt ich immer wieder. Woa! Das Klocktower ist großartig! Ist das wo wir gehen? Genau! Aber um ins zu gehen, musst du ungraben die Geheimnisse der kleinen Towers. Uno! Dos! Hier ist eine Frage. Warum nicht wir uns in die große Klocktower, direkt? Ja, wir müssen zurückkommen zu unseren realen Böden, so schnell wie möglich. Kein Stress! Zeit ist eine Illusion! Es ist nur jetzt! Kannst du es? Es ist nichts anderes als jetzt! Alles passiert jetzt! 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 Oh, ja! Ich kann es! Du bist sehr schrecklich! Jetzt! Hey, Bok! Was ist diese verrückte Angst da? Ja! Meine Freunde, Sie müssen sich herausfinden! Wir sind nicht seine Freunde! Hey, Cody! Ich habe eine Idee! Vielleicht können wir diese Böden benutzen! Okay. Oh! They can fly! Of course they can! They're birds! Yeah! But they're made of metal! So are airplanes, Cody! Okay, Sportypens! But these aren't machines! They're flying bird machines! They're flying bird machines! Yeah! Hey! Ich田isch! Jungle небes erinnert sich das Fenlich, Carl! Alright, ich bin losgeretisch! was Sie hoher Okay. 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 Go. Oh. 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 Der wir gehen. Easy. Okay. Das war's für heute. Okay. So, dann musst du die Super spawnen, dann springen wir auf den Boden, stehst du? Und in der Zeit musst du wieder auf den Boden gehen, dann wieder auf den Boden. Bei den Boden gehen wir wieder auf den Boden, dann springen wir an den Boden. Dann schreiten wir die hier aus, die da um den Boden gehen kann. Aber das ist doch nicht alles entweder. Okay. 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 I can walk in the park. Hey, I don't like those weird lights. They look dangerous. Yeah, exactly. I think we can use them. Use them? What for? To take that out. Okay. 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 Oh, duh.